Wir können uns immer noch keinen Reim darauf machen, aber wir nehmen das jetzt einfach so hin. Einfach so. Schnell oder keine Quadrate? Keine Quadrate. Ja. Ja. Ich meine, dadurch üben wir jetzt zumindest einmal schnell den Anfang hier zu machen, ne? Genau. Ne, dein Einzelteil am Anfang, keine Ahnung. Toll. Hm. Richtig toll. Wenn schon dann so. Passt. Fakatplan. Okay, geh. Ich schieb die Couch in Position. 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 So. Ich bin wieder hinten und ich bin wieder links. Äh. Hinten und links. Okay. Entschuldigung. Guava. Na, schau mal, es ist Lava, weil vorhin war ja auch alles drin. So, du links. Guava ist es hier nicht. Das ist mein links, aber okay. Hey. Oh, scheiße. Warte, warte, warte. Hörst du? Ach, verdammt. Ich wollte nur drum rumlaufen. Dann krabbel es nicht an, während du drum rumläufst. Hör dich an. Hörst du aber an. Nein, ich hab's wirklich nicht angepackt. Ich schwöre dir. Ich hab's nicht angepackt. Ich hab's nicht angepackt. Die Steuerung ist zum Gottsten. Da war Glas. Oh Gott, ey. Komm, war da Glas. So, dein links, ja? Wenn man auf den Fernseher guckt, links. Links unten, wo Kirschi jetzt steht. Ja, okay, ja. Alter, geh ich halt da rechts, ist okay. Dann geh ich jetzt auch vor. Ah, ah, meine Fußrollen brennen, puh. Es wird nie was mit der Goldzeit hier. Nie. Okay, hast die Quadrate, aber wenn wir das verkacken, brauchen wir gar nicht mehr Kon. Oh ja, brauchen wir gar nicht mehr Kon. Dann kannst du dir da unten sparen. Ja, sie haben recht. Du Gedame. Schade. Wird schon verkackt? Nee. Man muss doch echt aufpassen, wenn man später an der Kante hängt, dass man nicht da hängt, wo so ein Quadrat spawnt. Ja. So. Ist das auch gut? Vielleicht. Ja, gute Idee. Man kann das schon werfen, aber auch dann nicht mehr loslassen, ne? Ja, das hat mich auch schon gedarfen. Das ist ein bisschen Käse. Du kannst das da rüber werfen. Ich? Ja. Aufs Meer. Ja, das habe ich mir schon ausgeregt gehabt. Aber die fliegt nicht so weit, die Kiste. Ja, aber die fliegt auch aufs Gitter. Also, ja, auf das doch. Nee. Ja, auf die Vierecke, da dürfen wir ja nicht rufen. Hast du ja wieder von außen? Ja, ja. Vielleicht standst du auf dem Kreis und standst auf dem Gitter. Ach so, das kann sein. Du kannst springen. Ja. Ja, ich bin lieber vor... Wobei, stimmt, wenn die Absaufe ist ja egal, ne? Jo. Ja. Ja. Ich warte lieber ne Runde. Nein, nein, nein. Geh runter. Ich warte auf den Kreis. Hat sich gelohnt. Ja. Ja, das Problem war, dass... Äh... Das X, das war schon da drunter. Das war schon vor der... noch in der Guava. Jetzt... Ja. Erst die Waschmaschine, ne? Oh Gott. Ähm... Macht ihr was? Was für Waschmaschine? Hier steht! Oh. Habe ich nicht gesehen. Ja, versucht ihr das am besten. Ich bin da. Ähm... Wie laufen wir, Kirschi? Sag schon mal nicht. Richtig. Untenrum. Jetzt auf den Kreis. Ja. Ja. Und jetzt auf das Lidende warten. Lass mich vor. Ne, ich steh besser. Okay. Hier anhalten. Hier. Gap schon, gap schon! Zieh! Okay. Wunderbar! Schön! Okay. Hol dir erstmal das andere rüber. Ja. Hol dir erstmal das andere rüber. Ich zieh dich inzwischen schon mal hin. Oder? Du kannst nur falls abfangen. Ja. Geht ihr schon mal? Ich komm mal weg. Ja, ich trau mich nicht. Das sind Vierecke. Ich trau mich nicht, wenn viele da sind. Wie spannt sie sich? Ich bin nicht anders. Die Zeit stresst mich! Die Zeit singt. Ah! Hallo. Hi. Ähm. Erstmal unten aufs Gitter, oder? Okay. Gehst du vor? Mhm. Also rückwärts? Also fast schon. Wow! Wunderbar. Und jetzt müssen wir auch das andere Gitter drüber, oder? Schnell, 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 schnell! Oh! Ah, verdammt. Ich dachte, wir kriegen es schnell genug hin. Ich hab zu spät reagiert. Auf die Dreiecke. Warum kann ich mich nicht bewegen? Ich will mich auch nicht. Warum? Sind wir jetzt miteinander gespawnt? Warum hängt hier gerade alles? Nee, nee, nee. Das Spiel ist rausgetappt. Oh wahrscheinlich, ja. Warum hast du das Spiel von alleine rausgetappt? Weil da irgendwas aufgeht. Warum? Keine Ahnung. Warum? Warum? What is happening? Ja, jetzt geht's wieder. Warum? 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 Warum. Wie? Wie? sobald die jetzt ach du willst da direkt rüber stopp 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 ok 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 dann in einem jahr auf den vier ecken gestanden wir können noch mal anfangen ich habe euch zugeguckt ich habe mich aufgeachtet weil ich wollte nur rüber laufen dass du direkt hoch weil ich dachte du bist recht ein zwischenstopp machen aber wenn es direkt hoch geht können wir ja ich glaube das funktioniert man ja ja ich weiß dass wir rennen dann ist okay das glas zerbrochen hat aber es klang als wäre es bei konn passiert wundervoll ich bin gebrochen ich bin ersoffen das ist okay warte einfach auf mich ich verstehe das problem dass sich das überhaupt bewegt ich tue überhaupt nicht weil es da runter geht ja das ist total bescheuert genau das war das eben ich wollte da hat sich die geschichte ich muss man es vielleicht muss loslassen wenn man alleine ist da oben ja ja das kann sein das kann sein weil sonst ist das es hat mich runter gehauen dieser chokoriegel plopp oh boy wenn man beide weiter halten geht euer ernst hör mal als hätte das bei dir ja nicht so lange gedauert ne alles ist gut ist ok beschwimmen wir nicht ach geh vor weil ich knapp mehr unten stehe das ist gut geklappt mit dem drehen diese steuerung ist wundervoll was tust du das so verretten und dabei absaufen oh mein gawd jetzt haben wir schon zwei minuten damit bebracht haben nein wir machen doch eh keinen time attack leute jawohl wir brauchen noch zeit um den rest zu machen wenn das jetzt schon so ist na gut da hast du auch nicht recht und irgendwann müssen wir noch time attack machen also was hier am einfach gut klappt ist das hier also ich kann das gut ich hatte auch das machst du richtig toll geil begeistert von deinem einsatz wirf wirf ich halte auf das war in der tat war eben hat das funktioniert ich weiß nicht wie das aufgefallen ist nein viele dinge funktionieren einfach so obwohl sie keinen Sinn ergeben oder zufällig sind ja da hast du auch wieder recht so ich glaub auch nicht ja was ich war ein bisschen ungewöhnlich gibts zu niemals du doch nicht jetzt hab ich mich nie getraut ok das ist wie dieses eine level in der arcade mit dem schmalen ding da kein wunders mit denen schaffen wenn wir nicht mal das hier hinkriegen ich hab dich an ich rief den scheiß schon mal zurück da hat er was vor du brauchst uns nix zurecht schieben das ding spawnt hier ne jetzt gehen wir auch nicht das steht mir im weg mann ja bin schön soll ich denn hier gerade laufen ok du vor du vor ja 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 yes geht doch ich lass los bye bye schieb mich bye na gut es wird nicht klappen oder haha nein 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 haha du links oder rechts ich immer links du vor ich vor du flor nein ich vor nein ich vor lauf mich ab verdammt haha hi küsse hi ich weiß warum ich mit laufe Okay, gut, 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 okay, keine Vierecke, keine Vierecke, keine Vierecke, keine Vierecke, keine Vierecke. Das war jetzt ziemlich dumm. Ist nicht schlimm, wenn hier irgendwas absäuft, denkt dran, hauptsache keine Vierecke. Das ist richtig. So. Warst du alles? Ja, jetzt machen wir hier durch diese Waschmaschine. Ja, mach die mal. Ich spring hier drüber. Okay. Da, Sekunde. So, wenn wir das machen, bis die Kreise wiederkommen. Genau. Und dann rennst du schon runter und dann renn wir in einem durch. Ja, in einem durch. So, Achtung. Gehst du vor? Ja. Wart los. Boah, nice. Boah, nice. Okay, abstellen. Stillen lassen. Vorsichtig viel. So. Hier über die lilanen. Mhm. Ne? Ja. Und dann unten aufs Gitter und dann über die gelben. Und dann, so wie wir es gerade gemacht haben, einfach hoch. Wenn wir unten aufs Gitter gehen, warum gehen wir nicht gleich über den Kreis? Und halten auf dem Gitter? Ja. Gerade hoch? Genau. Gerade hoch? Wir halten auf dem Gitter. Da ist in eine Linie. Genau. So. Und jetzt warten wir erstmal im Kreis und dann rennen wir dann einem hoch. Oder? Jetzt? Und jetzt? Also. Genau. Wenn jetzt der Kreis kommt wieder, dann? Ja. Und dann über das Dreieck. Und dann warten wir auf das Dreieck und rennen hoch. Genau. Okay, aber hier hab ich Angst vor den Vierecken. Und jetzt rennen wir hoch. Genau. Renn! Alles gut, alles gut. Ich hab's. Ach komm, ach komm, pass mit dem Viereck auf. Ich weiß nicht, wo die spawnen. Ähm. Macht ihr das oder soll ich kommen? Ne, ne, wir machen das. Jetzt. Okay. Okay. Ach, da ist ja noch was. Ja, ja. Okay. Oh, das ist schwer. Pass auf, pass auf hinter dir. Ja, alles gut. Ich dreh mich nur ein Stückchen, damit du besser ran kannst. Ja, ja, ja. Das müssen wir ganz langsam machen, glaub ich. Shit, ey. Oh nein, ich hab das falsch gepackt. Ist nicht schlimm. Lass lieber los und geh auf den Kreis oder greif das neu. Warte, ich dreh mich jetzt gleich und dann kannst du's von unten packen. Das macht sich so leicht mit der Steuerung. Ja. Mhm. Mhm. Ja, doch stehst du gut. Aber warte, ich dreh's mal gerade. Es sind Vierecken da jetzt, die hinter dir kommen jetzt. Nicht. Ich warte jetzt auf dich und dann stelle ich mich hüpfen rüber. Ja. So, und jetzt. Okay. Mhm. Warte, so wie eben. Oh, Leute. Okay. Ich muss weg, sonst bin ich auf dem Viereck. Ja. Ja. Das steht jetzt nämlich richtig kaputt da. Kannst du da drüberspringen? Ja, warte. Wir müssen mal in die Dreiecke kommen. Okay. Ja. Okay. Und wenn der Kreis kommt, gehen wir jetzt runter? Ja. Zu dir? Ja. Dann dreh ich mich schon mal ein bisschen. Okay. Genau. Und jetzt wieder rüber, 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 rüber. Jawoll. Okay. Hoffentlich hat das geklappt. Ja, ich bin mir auch nicht sicher teilweise. Okay. Ja, wir haben natürlich nicht mehr gebraucht. Ja, aber das geht schon. Alles gut. Kirschi, kannst du die Einzelteile nehmen von ich noch und die Großen? Ja. Ups. Laufen. Warten. Scheiße, Entschuldigung. Alles gut. Oh Gott. Okay, nicht zu hektisch jetzt. Ja, guck mal so. Bin ich noch vor oder bist du vor? Ich weiß nicht mehr. Ja. Okay, ich schlippe über euch drauf. Lass mich mal hinten. Ja. Ich glaube, ich war hinten. Okay. Warte, ich hab die Dumpf. Ja, ist gut. Okay. Mal bloß. Ja, ich war hinten. Oh, wie hast du vor ein? Was? Ich lasse nicht mehr. Okay, warte. Ja, das wollte ich ganz. Ups. Warte, nicht zu dritt ist das einfacher. Wir haben's vorhin perfekt, also auf Anhieb geschafft bei beiden. Bin einer in der Mitte so ein bisschen für die Balance. Wir sind zu früh losgerannt. Wir sind unkonzentriert. Okay. Warte. 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 Du kannst doch schieben, ist ja egal, wenn es reinfällt. Nein, ist nicht egal, wenn es reinfällt, dann spornst du wieder da hinten. Ja, aber egal. Egal. Nerven. Oh, das war's schon. Ja. Ach, für mich hat nur das geklappt. Und dann müssen wir das nur noch schnell schaffen. Aber der hat mal heute, Leute. Nicht? Nee. Was? Nicht? Wir sind... Yes! Gott! Über dreieinhalb Minuten fast drüber. Nie im Leben. Wir waren ja aber auch super lahm. Da wir nicht auf die Vierecke durften. Wir versuchen das. Komm, wir schaffen das. Wir müssen gucken, dass wir den Anfang schnell hinkriegen. Ja. Ganz ehrlich. Das ist der Teil, der die Zeit kostet. Ja, wäre es vielleicht besser, wenn ich sage, ich fange dann drüben schon mal an, damit wir Zeit sparen. Es geht nicht. Du musst die Linger ja erst rüberkriegen, die ersten fünf Teile. Nein, das meinte ich ja nicht. Die hier meinte ich nicht. Aber die hier drin ist das Problem. Nein, das wäre ich ja von dem Anfang verkackt, ey. Nee, ich meinte gleich, wenn wir bei den Plastischmängern wegen sind. Jetzt sollten wir zuerst versuchen, die großen Sachen rüber zu schleppen. Das können wir uns alle total sparen, wenn wir fünf Jahre für die... Ich weiß nicht, was die großen Teile sind. Das rechts meint ihr? Ich finde das rechts schwieriger. Die zwei meine ich jetzt hier gerade. Bevor wir die Einzelsachen immer rüber schleppen. Achso, ja. Aber die liegen im Weg rum. Aber... Kann man machen. Links? Ja. Das ist nicht links, aber egal. Keine Ahnung, wie oft ich das... Keine Ahnung, wie wir leben können, aber okay. Weg, okay. Du links? Mein links. Mein Kopf nicht in allem durch. Ich... Hast du das? Doch, normalerweise schon. Nein. Doch, wenn du von Anfang an läufst, dann geht das. Du musst auch am Ende springen. Ja. Ich wollte dir helfen! Ah! Hä? Oh mein Gott, wie habt ihr das denn geschafft? Keine Ahnung, ah! 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 Das ist voll so scheiß drauf. So. Ähm. Ist das für euch mit der Kamera Kacke? Rüber einfach rennen! Ne, okay. Das musst du jetzt nicht immer. Kann man nochmal so benutzen. Ja, entweder ich mach links, dann habt ihr aber keine Kamera. Ja, dann mach! Wir brauchen keine Kamera. So, okay, warte. Wir brauchen nur Plattformen. Am besten Unterkirsch, wie süß. Dann viel Spaß. Dann mach ich nämlich drüben schon mal den Einzelscheiß. Ja, mach das. Okay. Nein. Ah ja, da kommt unser Weg jetzt. Okay. Okay, okay. Konzentration. Dass ich nicht zu blöd dafür bin. Wir könnten auch da rüber jetzt. Ich kann das Stück nach hinten ziehen mal, dass ich... ...dann komm? Okay. Lass dich nicht töten! Ich sagte, ich werde das machen. So. Okay. Ne. Alter, jetzt bin ich voll raus. Wir sollten auf unseren Kreis warten da unten. Ja, wir sollten einfach unseren Weg gehen, den wir eben auch hatten. Ja. Klar. Ja. Hat der den Einzelkoncher? Nein. Wir hängen die ganze Zeit an der Waschmischung, da geh du vor. Und dann in einem durch. Genau. Ja. Ich lass mal los. Okay. Das kann, Konner hier. Du bist so recht schiefer. Ja. Zu werfen, die Einzelsachen. Ich bleib hier hier stehen und fange. Ne, lass doch einen die Einzelsachen einfach... Die dürfen doch einfallen. Wir müssen schon lieber in den Zusammenscheiß. Was? Du hast das drüber geschmissen. Entschuldigung. Okay. Kessie wird uns auch um den Zusammenscheiß kümmern. Ja. Weißt du, bevor ich gleich nichts mache? Ich schmeiß das einfach so rüber, Mann! Woohoo! Sprungwurf reicht! Okay. Wir machen euch hier Zusammenscheiß. Hier. Da unten. Über unseren Weg. Unser Weg, genau. So. Hier. Bremsen. Ne. Ich bin... Ich soll einfach loslassen, nicht wahr? So. Hier hin? Genau. Und jetzt rennen wir. Ich glaube, ich muss loslassen. Das ist schlecht. Ich weiß, aber ich hing... Hoch! Conan! Conan! Ja! Ja! Hoch! Hoch! Gut! Mach das dann mal ein bisschen weg! Bitte! Was ist passiert mit der Waschmaschine? Warum fällt die von alleine? Weil ich da gespawnt bin. Das ist ein Schleudergang, oder was? 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 Muss eingespielter sein, da brauchen wir nicht zu lange spielen. Äh... Leute, wir haben noch eine Minute. Stress mich nicht! Ja, das... Aber wir üben. Schitte. Ja. Komm, 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 komm! Wie haben wir das denn gemacht? Ich hole das Einzelne noch. Manni? Irgendwas. Ja? Ja, das da. So, wir haben drüben noch die Scheiße, ne? Ja, ja. Sollen wir die holen? Äh... Lassen wir die hier rumziehen? Äh... Das bringt doch nichts. Wie bringt's? Jetzt krieg ich die Waschmaschine nicht hin. Alleine. Und auch den Tank nicht. Egal. Und los. Wir müssen uns hier mal entscheiden, über uns zu drehen. Ja, so. Okay. Das war jetzt wieder komisch. Alles cool! Ich hab sie! Ich hab sie! Ich hab sie! Okay. Komm! Komm! Das hier geht eigentlich. Das ist das Kürze. Ach, die Enten. Das ist alles schon weg. Ja, ja! Hab ich ja eben schon gemacht. Ach so. Warum hast du nicht zu Hause gemacht? Das schaffen wir. Guck mal. Äh, ne. Ja, das ist nicht unten. Ja, das ist nicht unten. Okay, komm. Das kriegen wir aber hin. Wenn wir das am Anfang wieder so crazy machen wie eben. Ich renn einfach mal mit auf die Platte und zieh einfach. Ich nehm jetzt die Couch. Ich fang ganz klar. Fang bitte mit dem Großscheiß an. Nimm das Kleine. Ja, Colin nimmt doch das Ding, was den Weg legt. Nein, tu den nicht. Nimm den nicht. Wär zu einfach. Okay, das war dumm. Hä, was denn? Nimm den scheiß Kassettenrekorder, der uns im Weg legt, bitte. Okay, gut. Und nicht die Kiste am Arsch der Welt. Okay. Okay. Okay.